Hallo und herzlich willkommen zu... Wie heißt er? Gasstation Simulator. Müsste jeden Moment fertig sein. Jeden Moment. Ich hoffe es. Sag ich doch. Was ich sagen wollte. Ich wollte mich ja noch... Probleme? Ich wollte mich ja noch bei den drei Leuten... Bis jetzt sind es drei. Drei. Lasst euch die Zahl auf der Zunge vergehen. Vergehen. Zergehen. Drei Leute, die Kommentare gegeben haben. Einmal der Tony Panther. Einmal Ultra Gaming. Und einmal... Hydrin. Da bin ich nicht ganz sicher. Ich bin bei Hydrin auch nicht ganz sicher, ob es ein Mädel ist. Nur weil das Bild ein Mädel zeigt, muss das ja nicht immer so sein. Ähm... Hydrin. Was ist hier los? Ach, warte mal. Moment. Ach du Scheiße. Ähm... Wäre auf jeden Fall interessant, ob es tatsächlich... Sprechen, Bezahlung... Du bist bezahlt. Aufgabenliste, bedienen die Kasse. Ob es tatsächlich... Mädels gibt, die sich einen alten Mann beim Let's Play anschauen. So. Ähm... Was ist hier passiert? Ich weiß noch nicht mal, in welcher Folge wir gerade sind. Aber... Ab jetzt ja mit... Facecam hatten wir ja... Müsste ja schon... Zwei Folgen? Drei Folgen? Wo bleibst du? Ach so. Entschuldigung. Ähm... Ich habe keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. So. Jetzt ist es auf jeden Fall schon mal wieder so ein bisschen sauberer. Äh... Autos reparieren. Warte mal eben. Ach. Hör mal. Letzte Mal... Letzte Mal ist uns die Kiste abgestürzt, ne? Ja. 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 Also so ganz, äh... Bugfrei ist dieses Spielchen nicht. Da ich, äh... Sehr, sehr häufig... Hinteres Spiegel. Sehr, sehr häufig... Ich habe überhaupt gar keine Spiegel mehr. Nochmal. Sehr, sehr häufig, äh... Auch so, so Alphas und sowas Spiel. Bin ich da jetzt nicht ganz so, äh... Da nicht so ein Riesenproblem mit. Ist ja nicht so, dass du dieses Spiel ständig in einer Struktur abranst oder so. Ah, warte mal. Äh, tanken. Warte mal. Meine, äh, meine, äh... Irgendwie... Ich glaube, wenn du, wenn du, äh... Du neu lädst... Die Fahrzeuge, die da sind oder so, die kannst du nicht aufbrechen. Kann das sein? Nur halt neue. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, äh... Welche davon neu waren und welche nicht. Wie sieht es überhaupt aus hier, ähm... 135 Liter haben wir noch im Tank. Oh, wir brauchen auf jeden Fall... Alter, wir haben 2,5. Guck mal. Geht eigentlich, ne? Ich, äh... Wusste gar nicht, dass wir so reich sind. Ach, scheiße hier. Das Zeug ist wieder teuer. Was ich eigentlich bräuchte. Das ist alles teuer im Moment. Wie seid ihr drauf? Komm, ich bestell... ...zumindest die günstigen Sachen. Sag mal, Alkohol? Haben wir nicht schon ein Alkoholregal? Haben wir das jetzt schon oder haben wir das noch nicht? Zigaretten. Ja, Zigaretten geht, hä? Sollte man eigentlich noch mehr bestellen. Ich weiß aber gar nicht. Glaub, da ist noch ein bisschen Platz. Autopflege. Eiscreme. Die schmilzte ja nur weg hier. Komm, ich bestell das erstmal. Lieferung. Autoteile. Reifen. Ja, bestellen wir direkt. Kratzerempferner sind... Spiegel sind billig. Sehr gut. Komm. Ich weiß nicht, wie viele Kratzerempferner wir noch haben. 1100. Und damit ist unsere Kohle auch schon wieder futsch. Ist egal. Komm, ist egal. Kein, siehst du, haben wir keine Produkte mehr. Keine Produkte mehr. Ja, keine Produkte mehr. Wir haben keine Produkte mehr. Aber Alkohol steht schon. Sehr schön. Wie war das denn nochmal hier? Welcher Knopf ist denn das? Regale. Ja, da ist nichts. Produkte. Weiß ich nicht. Autoteile. Ist egal. Ja, wenn ihr jetzt... Hatte ich nicht am Anfang mal irgendwas davon gesagt, dass ich den geilsten Laden überhaupt aufbauen will? So, Leute. Das ist er jetzt. Das ist er jetzt. Ich weiß gar nicht, wie das alles noch hier reinpassen soll nachher. Autoteile werden auch interessant. Wir sind aber jetzt schon wieder schwer dezimiert. Aber weißt du was? Lass uns zumindest schon mal Einrichtung, Regale, Autopflege... Mach mal mit einem Regal, Autopflege... Oder man nimmt zwei davon und legt jeweils drei Produkte rein. Dass man vielleicht irgendwie so einen Überblick behalten kann, weiß er. Ist natürlich ein bisschen teurer. Wir versuchen das mal. Ich komme. Darf ich einmal Ihren Koffer rum überprüfen? Ich brauche... Ich brauche Geld. Ich brauche doch nochmal mehr. Nein. Verdammt. Ich habe schon gedacht, ich hätte das Gefühl verloren. Hier. Was soll das denn? Ich habe mehr aus deinem Kofferraum rausgeholt, als ich in deinen Tank geschüttet habe, Junge. Ja, Schenk. Selber Schenk. Werkstatt. Aber wir haben die Werkstattautos eigentlich voll. Ich glaube, wir müssen die LKWs abfertigen. Hör auf! Ja. Da ist er. Okay. Da machen wir eben die LKWs weg. Ja, ich komme. Natürlich. Bin schon da. Ja. Miep, miep. Vielleicht, äh... Als nächstes wäre vielleicht mal interessant, ob wir irgendwie was updaten können. Guck mal, Regale sind schon voll. Und da ist noch eine LKW. Das wird so. Das wird so. Das wird so. Hau ab. Deine Tür machst du selber zu. Aha. Kannst direkt durchfahren. Kannst direkt durchfahren, Junge. Jetzt bin ich aber gespannt. Komm. Was passiert jetzt? Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Es ist... Es ist nicht dein Ernst. Werkstatt. Kraftstoff. Kasse, äh... Hier die Schalotte. Warte. Warte. Dann eben nicht. Fahr da woanders hin. Wollen wir mal sehen, ob du hier irgendwo eine Werkstatt findest. Die dir den Scheiß macht. Kannst du mal gucken. Und davon haben wir nichts, ne? Aber es sind auch noch ein paar da. Sieht gar nicht so schlecht aus. Guck mal. Aber Leute. Ich bin gerade vor einer Arbeit gekommen. Ich sag's dir. Und was mache ich hier? Arbeiten. Ich arbeite. Guck. Arbeiten. Komm, hier. Die Kraft des Saftes. Polizei. Polizei. Warte mal. Ich muss das Fahrzeug auf Drogen überprüfen. Ist doch nicht wahr. Stand da nicht? Einsteiger? Dafür war der aber... Gar nicht mal so leicht. Ich verstehe nicht, warum du nicht volltankst. Ja? Das ist... Du bezahlst das doch sowieso nicht selber. Ist mir doch egal, was der Sprit kostet. Ich tanke eh immer nur für 20 Euro, ne? Da ist er. Meister. Kommt. 25 Dollar. Ich will 25 Dollar dafür. Läuft. Läuft. Hallo, Charlotte. Du hängst hier rum und machst nix. Mach mal hier Aufgabenliste. Päuschen. Ist gerade keiner da. Komm jeden Moment wieder, aber... Oh, dich aus. Damit du wieder fit bist, wenn es losgeht. Wird das nicht mal wieder Zeit für eine Party? Wieder mal so ein schöner Partybus. Schöner Partybus. Das wäre mal wieder was. Ach, guck mal. Kauft eh keiner was. Doch, sieh hier. Und kippen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ihr, äh... Was habe ich hier von, ähm... Von denen? Was? Er hat sich aufgeregt? Ähm... Ja. Da kann... Ach du Scheiße. Keine Ahnung, wo ich jetzt was reingelegt hatte. Ist jetzt alles durcheinander geraten. Ich hasse alles, die Kasse zu bekommen. Aha. Fängt schon gut an. Irgendwie... So. Ich muss noch mal eine Maus... Wer legt denn die Pulle so rum da drauf ab? Noch vier. Okay. Oh. Er tut mir leid. Ich bin schlecht im Kassieren. Ich bin nur mal schlecht im Kassieren. Wie kannst du hier arbeiten? 13. Was? Wie? Äh, warte. Müll schon wieder voll? Kann nicht sein. Es kann nicht sein. Geh da rein. Uhu. Wie viel dich schon bestellen, ne? Ich brauche... Ich bräuchte eigentlich noch einen zweiten Angestellten. Damit ich diese Zeit, diese Ausruhzeit überbrücken kann. Was kostet denn sowas? Ja, bitte. Gerne. Tschüss. Ein Artikel. Guck mal, das sind mir die Liebsten hier. Warte mal. Ich, ich, bevor der Nächste kommt und, äh, rumjangt. Hallo? Bin schon da. Was? Ja. Kohle. Ich brauche eure Kohle. Komm, Schaden. Ja. Locken. Hier. Saft. Oh, wir müssen Saft bestellen. 600. Hoffentlich ist er mal ein bisschen billiger. Lieferung. Kraftstoff. Ich bestelle nur 100. Ähm. Oh, bring die Tankstelle auf Level 4. Ja, gerne. Können wir uns was leisten. Tankstelle. Ja. Immer. 1000. Ja. 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 Oh, ja. 1000. Ist das eigentlich, ist das Kautabak oder Stupftabak? Hab ich das schon mal gefragt? Ja, bitte. Ist gerade ruhig hier, ne? Aber da sind, äh, warte mal eben. Ich brauche viel Geld, Leute. Viel Geld. Ich brauche eure Kohle. Komm, der war, der hat gepasst. Oh. Gehen Sie schon mal rein. Können Sie schon mal rausgucken. Nee, den mach ich noch. Hub doch. Ja, geht doch. Ja, ich... Ja. Ja. Ist die, äh, Charlotte. Wie geht das der? Wie geht das der, Charlotte? Äh, spreche. Äh, Bezahlung. Ah, schön. Spreche. Äh, Aufgabenliste. Die in die Kasse. Tu es. Und hoffentlich kommen ein paar Kunden mehr, damit sich das auch richtig lohnt. Ich hab Angst, dass die Charlotte, äh, müde wird. Und dann kommt der Partybus, weißt du? Wann war der letzte Mal da, der Partybus? Das hat nicht schon Monde her? Danke. Vier Dollar. Ich muss Sie, äh, an der Stelle ermahnen, ja. Mal, dass sie nicht mehr Geld im Kofferraum haben. Blut. Ja, du auch. Oder noch so ein Parkplatz wäre vielleicht... Ach, haben wir den schon? Boah, schade, wenn der jetzt durchgegangen wäre, ne? Das wär gewesen, ey. Das wär Rekord gewesen. So. Äh, Kasse, Werkstatt... Werkstatt, Müll. Warte. Falsch. Der. Und dann gehen wir direkt zur Werkstatt. Was steht da eigentlich? Bringtankst... Ach so, das steht da immer noch. Ja, weil wir das immer noch nicht gemacht haben. Guten Tag. Äh, macht mal hier den Scheiß weg. Alter, wie diese Autoreifen... Wie diese Autoreifen hier in den Müllsack passen. Unglaublich. Apropos Autoreifen. Ja. Habe ich mir gedacht. Das... Man, die Werkstatt könnte es wahrscheinlich auch erweitern, ne? Aber... Ich weiß nicht. Der kostet so schon so ein Heidengeld. Was kommt dann? Wenn du die jetzt also... Wenn du die jetzt erweiterst. Also gut. Theoretisch kostet es natürlich nicht ein Heidengeld. Kriegst das Geld ja wieder rein, ne? Aber erst mal... Erst mal muss er vorlegen. Und... Da kommst du irgendwie... Irgendwie kommst du da nicht hin. Was willst du noch? Zweimal Kratzer? Was hast du gemacht? Hast du im falschen Viertel geparkt, oder was? Oh, die sind aber hartnäckig, deine Kratzer hier. Mach jetzt. Gut, dass wir noch so viele Kratzergeräte haben. Hier noch ein bisschen... So, Kohle raus, Junge. Kohle raus. Dankeschön. Guck mal, wir haben tausend. Wir haben tausend. Den kannst du, glaube ich, nicht knacken. Du kriegst dafür sofort Sprit. Ich weiß. Alle. Ihr schuldet mir alle was. Deshalb breche ich auch aber allen die Kofferraum auf. Weil ihr mir alle was schuldet. Die Kleinen tanken immer am meisten. Das ist unglaublich. Good job. Was haben wir denn hier? Irgendwas Neues? Sehr schön. Haben wir zu viel. Oh. Ganz vorsichtig. Danke. Danke. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr. Kommt der Bar? Ja, ich hab... Ich hab nix gemacht. Dietrich? Ne, wat für'n Dietrich? Ah, Charlotte, du hast ja gar nix zu tun hier. Hättest auch schon mal ruhig zwischendurch so... ...mal den Besen in die Hand nehmen können. Einmal lecker durchfeudeln hier. Immer muss ich das machen. Keiner hilft mir. Es kommt kein Partybus mehr, ne? Ich sag's euch. Es kommt kein Partybus mehr. Seitdem ich den Partybus einmal da... ...mit meinem Reset-Schalter irgendwie... ...weggemacht hab... ...seitdem haben die keinen Bock mehr. Weißt du was? Charlotte... Charlotte hier... ...Aufgabe... ...Äh... ...Pause. Und bevor ich das am vergessen... ...bin... ...äh... ...bevor am vergessen sein... ...tun hier Kohle raus. So. Und jetzt... ...Start... ...Gasstation... ...sehr gut. Und... ...ah... ...ach ja... ...aha... ...guck, größer. Dadurch ist die wieder größer geworden. Das heißt natürlich... ...wir müssen auch wieder... ...ääh... ...lackieren, ne? Aber das ist ja... ...das ist ja da hinten... ...so eine Mordsecke, ne? So richtig... ...äh... ...äh... ...ah... ...ich wollte nicht weiß. So richtig praktisch ist diese Ecke... ...jetzt auch nicht. Nein... ...ich will doch... ...so wollte ich. ...ja gut... ...können wir... ...können wir... ...können wir Regale... ...so ein bisschen... ...ääh... ...auf beiden Seiten... ...rechts, links... ...können wir schon Regale langstellen... ...mehl... ...kraftstoff... ...ich muss bei... ...ah... ...ah shit... ...hier... ...machen wir mal einmal ohne aufbrechen kurz hier... ...damit das... ...sonst schaffe ich das nicht... ...ja, ich weiß... ...ich habe schon so viel Leben gerettet... ...kannst du dir nicht vorstellen... ...so... ...einmal was zu saufen... ...zwei mal was zu saufen... ...zwei mal was zu saufen... ...drei mal was zu saufen... ...vier mal was zu saufen... ...fünf mal was zu saufen... ...ja, du wirst richtig Spaß haben... ...alter geiler Bart... ...unglaublich... ...muss ich mit meinem auch mal machen... ...super... ...ne, super gibt es draußen... ...eine Zapfe... ...no Chipser... ...bisschen Säft... ...that'll do it... ...und erst mal was durchziehen hier... ...neis... Ach, dafür nicht... ...hab ich nie mehr... ...tut mir leid... ...ja, muss ich bestellen... ...aber sind teuer... ...ich bestell keine teuren Sachen, Junge... ...aber wir müssten wirklich mal... ...was trotzdem hat gekauft... ...wir müssten wirklich mal wieder was nachbestellen... ...der Laden ist schon fast leer gekauft hier... ...wenn jetzt so ein Partybus kommt... ...da hab ich da gar nichts von... ...Lieferung... ...Produkte... ...oh, das... ...ich davon bestell ich dann zwei... ...weiß nicht... ...bestellen wir davon auch nochmal ein... ...und äh... ...ja... ...keine Ahnung... ...ich weiß nicht... ...Zeitung, Hut, Alkohol... ...hatten wir nicht... ...bei Autopflege, ne... ...haben wir doch gemacht, ne... ...kann ich mir das leisten... ...sechs... ...ne... ...scheiße... ...dann ähm... ... ...ich weiß nicht hier... ...ja... ...kein Geld, ehrlich... ...kein Geld, ehrlich... ...langsam... ...ja, great... ...regale... ...dreh die... ...dreh die... ...dreh... ...dreh... So. Äh, aha, aha, aha. Ja. Ist noch nicht da. Ich hab's doch gerade erst hingestellt. Oh, Telefon. You're a Lifesaver. Ah, wirklich. Nicht. Telefon bedeutet doch bestimmt, wenn da irgendwas schlecht ist, oder? War Telefon nicht meistens schlecht bis jetzt? So. Kasse schon wieder drei. Ich werd weich. Thank you. Das war doch jetzt nicht meine Schuld. Hallo? Ja. Oh, Mann. Sind die LKWs schon da? Oder LKW? Sind's zwei? Sind's einer? Ist einer? Sind's... Ist doch noch einer, ne? Ich komm. Ich komm. Bip, bip. Schaplai. Ihr müsst jetzt ganz stark sein. Denn... Das war's. Diese Folge ist vorbei. Ich würd mich sehr, sehr, sehr über ein Däumchen freuen. Ich würd mich auch sehr über Kommentare freuen. Und über Abos freu ich mich sowieso sehr. Ich freu mich über alles. Und bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.